Moin Moin ihr gehalten Schnellchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TDT! 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 Ah, das war kein Skillshot, das war Lack, das ist okay, Jay. Tipp. 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 Beneiss dich ruhig. Tipp. Ah! Ja! 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 Ich hab mal eine Frage, warum lebst du den Fetisch eigentlich nur in Spielen aus? Machst du das auch in echt? Ja, mach ich doch immer bei dir, wenn wir uns treffen. Ja, mach doch doch immer bis dahin. Erst bringt er Bram rum mit einem skilligen Shot und dann... Und dann gisst er ihn voll. War vorher richtig, warum da da kein cooler Shot war. Das war gegen Frankfurt schon ein bisschen geil. Da war so ein Kind, weil er Frankfurt-Fan war und die ganze Zeit die Frankfurt-Gesänge mitgeschrien hat. Und als Tom und Tandreis geführt hat, hat Jay sich ein bisschen gefreut, dass er jetzt die Schnauze hat. War ich auch nur minimal getriggert worden, ey. Ja, Frankfurt! Frankfurt ist so toll! Yeah, Frankfurt hat das 1-1 geschossen! Boah! Ja, ich hab's aus der Hand geworfen, weil ich Angst hatte, dass du draufschießt. Komm, das war ganz schön gefährlich für dich, oder? Ja, aber wenn die ganze... Ja, der hat trotzdem damage bekommen. 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 Das wusste ich gar nicht. Oder doch wusste ich, glaub ich, schon mal, aber... Hab ich wieder vergessen. Ich hab eigentlich gehofft, dass du da selbst draufschießt. Scheiße! Na, ich wollte dich ja nicht töten, weil ich bin ja innocent. Peter, was machst du denn da? Wo machte Jay? Das sah richtig geil aus! Okay, Bram. Ist das geschafft? Ich verstehe jetzt nicht, wie soll Bram sein soll. Okay, nicht Bram, dann ist ein Sepp. Hab ich gerade irgendeinen Schrei gehört? Ja. Ja, an Sepp war das nicht Sepp. Nein, nein, ich mein so... Ignorieren wir das jetzt alle, oder seid ihr alle Traitor? Nein, wir suchen jetzt Bram! Alles! Bram, Entschuldigung. Ich hab keine Ahnung, wo der war halt. Ich mein nicht Sepps Gebrülle, von wegen Bram ist es. Das hab ich schon gehört. Ich mein, ihn gäbe so einen komischen Mädchenschrei. Hä? Xiei? Ha! Fick dich! Bram ist unschuldig. Aua! Dalu? Was denn? Dalu? Was soll das? Was soll was? Bram! Eine Züge! Ich glaub de andres Peter... ... REPRAMEN AN DEN ZÜGEN Ne 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 Der is voll verwirrt Bram, in safe an den Zügen und wenn regardez dich nicht drauf schießt, bist du wohl. Ich bin nicht an den Zügen. Aber sack Christian renn weg von den Zügen, ist komisch. Ja du rennst, du gehst halt weg, du gehst halt nicht zu dem Züge So gehst du denn auch weg von dem Züge Ja, weil Bram What the fuck Ich hab Jay gemacht, sorry Na Jay Sag mir jetzt nicht, dass du auch innocent warst Okay, sehr gut Na Bram Okay, ich hab jetzt den Traitor gekillt Lebt wahrscheinlich nur noch ein Traitor, nehm ich mal an Nein, Daniel lebt noch Oder du bist Traitor Wie du dieses Schreien gehört Du hast auch nicht gesagt Du hast erst gerade zugegeben, Christian hat es gerade zugegeben, dass das ist Du hast gefragt, es lebt nur noch ein Traitor Und dann hat er gesagt, ne und Daniel lebt noch Er ist bei den Zügen What? Er hat mich Uhuhuhuhuhuhuhu Bandana Christian? Wo zur Hölle bist du hin? Ja wo bist du? Ah, ich weiß wo du bist Ich komm nicht aus dem Zoo jetzt Komm nicht aus dem Zoo jetzt Ach du, ich hab dich schon gekillt, nur das Second Chance Ja Ach Leute Dann hab ich dir mit der A3000 einen richtig geilen Headshot gegeben Peter hat die Banane geschält Wenn es einen Gott gibt auf dieser Erde, dann heißt dieser Karma Nix anderes Nix anderes, einfach nur Wenn der gemacht hat, dann hat er noch fünf vorne rekt Ja, also das Brammen der Böse ist, das fand ich auch sehr klar Aber dann werden... Nee, ich nicht 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 Wo warst du, Peter? Sag mal schnell Wo du vorher warst Ja, weiß ich leider auch nicht mehr genau, wo ich war Wie du weißt NICHT Ich weiß es nicht genau, wo ich war Moment Christian oder Peter sind Traitor, weil beide haben sich angeblich teleportiert Ich wurde teleportiert Ja, das hat Christian Ich werd beschossen Warum sollte man sich denn hier teleportieren? Ich hör nicht mal die Schüsse, leider Peter, ich büsse sie mal in der Nähe NICHT Das würd ich ja auch Dado sehen wahrscheinlich Da ist Bram Da ist Bram Bram ist Traitor Loll Ich bin teleportiert Tut mir leid Okay, alles gut Dann ist ja nichts passiert Bram und Christian sind's WTF Ich hab aus Versehen das falsche Item gewechselt in der Hektik Und hab nochmal den Teleport benutzt, aber da du teleportiert worden müsstest, alles okay Also Bram und Christian Gab aber keinen spielerischen Vorteil, weil meine Pitchen flog ja schon Und den Schaden hab ich ja auch kassiert Guck mal das Gerät eigentlich wegwerfen Guck mal Okay, sehr gut Wer lebt denn noch? Dalu lebt noch Dalu lebt noch Hallo Ich, du hast mich ja wirklich gut getroffen Krass Dalu, mein Freundchen Drink an mir Hallo Oder Lang Ja Guck mal Und der lang Ah, da läuft er doch Dalu, 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 Duh 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 Zeige dich. Warum schießt du auf mich? Kalle. Na ja, Karma. Der erste war schon drauf. Bram, ey. Mehrfach genutzt. Bram, ey. Weißt du, dann haben wir die Regeln, ey, und dann debüts Bram die wieder, ja, beziehungsweise bricht sie. Echt toll. Wow. Wobei das, glaube ich, ein honest Mistake war. Ich hatte voll die Panik, ja, weil ich die Pitchen rauszuholen musste, dann hat er die ganze Zeit nur gekriegt. Nee, nee, ich glaube, er hat einfach Sepp damit komplett outgeplayed. Weißt du, eigentlich... Ja, weil die Pitchen auch schon flog und so. Ja. Wie bist du denn gestorben, Jill? Ja, Bram kam vorhin, nein, hat mich getötet. Ach so. Sonst wäre Bram bestimmt durch meinen letzten Schuss noch gestorben. Ja, kann gut sein. In der Zeit, in dieser Millisekunde, wo der Schuss geflogen ist, hat sich Bram bestimmt wegteleportiert. Blablabla. Glaube ich auch. Glaube ich nicht, weil Christian hat keinen Schaden gekriegt und keinen Schuss. Es gibt eine Möglichkeit wahrscheinlich, dass der Server crash mit so Teleport-Items. Und zwar, wenn, ähm, Bram wirft zum Beispiel die Taube auf jemanden, wechselt schnell zum Teleporter, teleportiert sie und tauscht mit dem, der die Taube abbekommen soll, dann würde die um 180 Grad umdrehen. Das könnte verpackt sein. Ich bin jetzt für die um seine Hau ab, Sepp. Ich geh mal, ne? Ja, hallo ihr seht. Ich hab grad geguckt, was da unten Sache ist. Per, versteck dich aufm Klo, ey. Da werd ich beschossen. Einer ist schon tot, okay? Oh, der hat gerade Sepp weggemacht. Da ist Bram gewesen sein. Das war ja sehr ernsthaft. Das ist was, Jay? Ich bin's nicht. Ne, das war auch sehr ernsthaft. Da war die Melone auf Bram. Bram ist also auch innocent. Lebt Bram denn noch? Ja. Ne, jetzt nicht mehr. Okay, das heißt Dalu, Jay. Ja, Dalu oder Peter. Ja, okay, cool für mich. Wer ist das? Oh, das ist Peter. Muss mal eben kurz weg, ne? Der ist gerüstet. Die Explosions hier am Start, ey. Was erlebst du noch? Ja, der hat mich teleportiert. Wohin? Zu den Zügen, aber da ist schon wieder alles gut. Oh Gott. Oh mein Gott, wie fies. Komm, flieg, Manex. Tötet Peter. Oh Gott. Ich hab glaub ich Christian getötet und es tut mir leid. Weil du Traitor bist. Ja, ja. Wo bist du denn eigentlich? Oh Gott. Oh Gott. Aua. Oh Gott. Ich weiß... Ich hätt' dich gerade fast gemacht. Eine Manex haben in den Mod... Oh, nice. Habe ich das nicht richtig gesehen? Das ist aber schon ein Fliegen. Ja, das macht ja... Alles geht halt schneller. Das macht die halt schon echt... Das macht die dann schon stark. Wie schnell die Peter hinterher sind war einfach krass. Vollassi. Vollassi. Ganz gut. Das tut mir leid. Aber wie ist Christian an dem Fass geschlorben? Ja, macht nix. Ich hab auf Christian geschossen. Ich glaub Peter hat mich weggeschossen. Achso. Ich hab Christian einfach komplett weggeknallt. Weil Christian hat einfach komplett weggeknallt. Ich dachte, Johnny ist noch da unten in der Ecke, weil der von da aus die Manex geworfen hat. Deswegen hab ich auf das Fass geschossen. Ich hab keine geworfen, das war Dalu. Dalu war der Man-Hack-Man. Ich hab jede Runde richtig Glück, um am Trader zu sein, ey. Für die musste Jay aber vorher sterben, sonst wär er draufgegangen. Jede Runde steht der Trader neben mir und macht mich direkt. Wenn Christian ein Trader ist, bin ich tot. Ja, weil du ne Shotgun hast und wir im Nack haben... Du hast ne Waffe, das reicht doch bei dir. Ich hab ne Negev. Reicht doch bei dir. Wollt wem wetten? Nee, das ist direkt einer weggemacht worden. Christian, du bist... What the fuck? Ich glaub, Christian ist Trader. Weiß jemand, wo das war? Nee, leider nicht. Oh Gott, ich werde sterben, das schaff ich nicht. Wo denn? Wo seid ihr denn? Ich hab ihn gekillt. Wo ist Peter? Oh cool, da heißt der, einer ist Chris. Das ist schon mal gut zu wissen. Einer war Chris, Chris ist tot. Christian war doch... Einer von euch ist jetzt noch Trader. Sepp oder Jay oder Bram? Mir egal. Ja, dann... Ja, dann muss das Jay sein, weil der hat auf mich schon geschossen. Ich hab nicht auf dich geschossen. Doch. Doch, du musst ja dann gewesen sein, weil Sepp wadert nicht. Dann bist du also der Trader, okay. Möchtest du also mich forcen, alles klar. Sepp hat nicht auf mich geschossen. Du hast mit einer Snapper Rifle oder so auf mich geschossen. Ist ja okay. Ist ja okay. Reif mich durch. Bram schießt auf mich. Ach so! Na ja, bin ich das, ne? Peter, lebst du noch? Ja, er lebt noch. Okay. Er hätte ja sein können, dass er dich jetzt wirklich weggemacht ist und ein Trader ist. Ne, ne. Seid Jay. Ja, ja. Ich glaub, Jay bufft sich was aus hier. Nö, nö. Muss ich halt ne Taktik überlegen für drei Leute. Pfff. Ich chill hier jetzt. Das ist schwierig. Ich müsste mich erstmal füllen. Ich bin nicht. Ja, ist doch gut. Wo bist du denn, Jay? Ich würd du den anderen nicht vertrauen, wer auch immer da noch ist. Just saying. Ich dachte doch nicht, wo ich bin. Das hättest du mir geholt. Kauf dir ein Radar, mein Freund. Wenn du halt beizt, mich suchen zu müssen. Ich bin an einer Position. Ich meine, Peter sieht uns alle anderen halt. Naja, Bram war da irgendwo bei diesem Wassertag. Bram wirft... Ja, ja. Warum darf ich da weggehen? Ne, ne, der ist es nicht. Damit du nicht in dem Moment auf mich ziehen kannst, wenn ich hier drauf vorbeilaufe. Ich wurd beschossen. Ich wurd beschossen. Und da unten. Ja, da ist Jay. Ja, Jay ist am Berg. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ja, Bram in richtige Richtung. Jay ist hinten am Haus. Aua. Boah, scheiße. Fuck! Sag mir nicht, dass ihr euch alle gerade macht. Ne, aber der ist hinter den Blättern. Boah, Mann. Wo denn da? Also noch immer dahin. Oh, keine Chance, ey. Mann, ich hatte keine Traitor-Items mehr. Boah. Ich hab dich nicht beschossen. Klar hast du ihn beschossen. Also du hast den Killer beschossen. Dann war das nur Bad. Dann war das nur Bad Luck. Ach, ja, ja. Aber aus der Richtung wurd ich angeschossen. Und dann guckte ich halt dahin. Ich schaff das nie. Das kann echt nicht. Das ist unglaublich. Peter, der wieder überlebt hat. Ich hab dem so krass die Shots gedrückt. Kann echt nicht wahr sein. Christian, auf ewig Feind. Sehr komische Sache. Ich hab halt Damage davon bekommen, ne? Ja, aber du warst ja schon fast, du warst schon orange. Also eigentlich hätte ich das töten müssen. Ja, wie wär's, wenn du mal besser triffst? Ja, ich hab nur den Oberkörper gesehen. Also wenn ich das Schlechteste, wenn ich getroffen hätte, wär der Oberkörper gewesen. Und du warst nicht tot. Das ist eigentlich ein Witz. Das ist eigentlich ein Witz. Ja, jetzt ist das Spiel wieder schuld. Ja, wie soll ich denn sonst, was soll ich denn sonst getroffen haben, Peter? Wenn du den Oberkörper zuschossen hast. Schulter, Hand. Kleinen Finger, Jay. Hallo. Hi Jay. Oh Gott. Vielleicht hat der gewunken. Hallo, hier, schieß auf mich. Ah, komm. Da, du möchtest auch gehen. Ja, ja. Komm, da ist Dalu. Da ist Dalu. Da ist Peter. Da ist Jay. Ich bin hier versteckt, ja? Kannst mich gar nicht sehen. Hast du zu rauchen? Nee, ich will nix rauchen. Alles gut. Ist das mich ausgeräuchert? Nö, nö. Komm mal rüber zu dir, okay? Klar. Das ist Plasma, Alter. Der hat ne Plasma geworfen. Wir gehen mal auf den Sack. Hier, Sepp. Ah, wer ist das? Christian. Ich dachte schon, wir spielen jetzt das gleiche Spiel. Nur andersrum. Geh weg. Hallo, da. Alles klar. Da ist ja kein Problem. Geh ich halt auch. Da ist was explodiert. Da ist einer explodiert. Da ist keiner explodiert. Nein, da ist keiner explodiert. Doch, 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 doch. Ich wurde teleportiert. Am Zug. Am Zug. Am Zug wurde ich teleportiert. Oh. Der steht jetzt oben. Wurdest du da hin teleportiert oder wurdest du von da weg teleportiert? Da wurde ich hin teleportiert. Der müsste oben auf, äh, an den Zügen am Berg stehen irgendwo. Da war noch, also Christian war, Christian hast du ihn gesehen? Da ist Dalu. Du warst doch oben auf der Plattform. Der müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Der Christian war noch oben auf der Plattform. Dalu versucht schon wieder... Moment, wann das? Was? Der Call? Was für Call? Bram wurde schon für Jay gecallt. Nice. Nice, Peter. Schön, dass du von der Seite gekommen bist. So, kann ja nur noch Dalu gewesen sein jetzt. Ja. Das ist gut. Christian? Weiß man nicht. Christian lädt bei mir nicht. Das hat wieder nicht geklappt. Sollten wir die Leiche hier alleine lassen? Ne, ich bleib auch hier in der Nähe. Ich wollte nur die Stellung wechseln, damit er nicht gleich uns überraschen kann. Ich glaub der Te... ach ne Quatsch. Kann er noch teleportieren? Der hat schon teleportieren, ne? Also ich würde einmal teleportieren. Ich glaub das war Dalu dann. Ja, ich darf nicht mehr. Wer wollte uns irgendwo hin teleportieren, wo gerade was rumgegangen ist? Darf ich doch nicht. Du wolltest! Ach so, ich breche die Regeln oder was? Nein! Davor! Wo irgendwas nicht geklappt hat. Hast doch gerade gesagt, wäre nicht dein Tag. Nicht mein Tag heute. Ich muss ja erstmal Bram wieder belegen. Leute stell dir doch nicht, dass du jetzt hier irgendwelche bösen Sachen vor hast und die Regeln brechen willst. Absichtlich und vorsichtig. Ich betone... Nein, bin ich nicht. Der ist immer noch bei den Zügen. Der hat mich teleportiert. Ja, warum gehst du denn da hin? Der ist... da... weißt du wo ich bin? Da ist der! Wo ich war! Also neben... Neben mir. Also neben mir. Das ist auch geil. Ja, jetzt weiß ich's. Oh Gott. Wie die dich verschnitzelt haben. Das ist ja assi. Alter, diese Mannhexen sind schon assi, ey. Ich hatte noch nicht teleportiert. Das war brav. Ja, ich hab das gemacht. 33 Punkt für Peter. Boah, knappe Nummer, ey. Das geht's nicht, Peter. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.